Müssen wir das nochmal aufschrauben? Irgendwie kann man das so schlecht einschätzen, wo die Teile sind. Also ob sie direkt vor einem sind oder noch ein paar Meter weg. So, mal gucken, ob ich es jetzt hinkriege. Jetzt bin ich auch in der Höhle, okay, da haben wir zwei Stück haben wir da noch. Er hat unser Versteck gefunden, schaltet ihn aus! Perfixler auf Stufe 3. Okay. Okay. Genau. ach ja war das ein fehler alter wer ist das denn da oben man ich denke das war's sieht ganz gut aus fahren wir mal hoch oder fährt jetzt hoch ja es ist nett na guck mal und damit haben wir das hier alles freigelegt und können uns den gold bolt holen den neunten könnten eigentlich hier noch mal gucken so und dann habe ich leider immer noch keine ahnung und wo bin ich denn gerade gekommen hier sieht gut aus wie viel kriegen wir jetzt von vier das sind 1002 euro 21 film jetzt noch weiß nicht soll ich sie jetzt wieder so holen ich habe ja ein paar schon so geholt aber ich denke nicht dass ich jetzt noch was spezielles finde und wenn denn mache ich ab da halt weiter da haben wir noch so ein zeil ich schaffe es auf jeden fall noch darüber na komm geh jetzt bauen du pisser ich weiß jetzt nicht da un hab ich gesehen Ja, keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Da hab ich noch was, oh mein Gott, was war das? Okay, jetzt sind noch einige. Keine Munition. Nehmen wir jetzt, wollen wir die ausprobieren. Ah, das ist 6%, ne? Die ist halt echt stark. Das ist jetzt mal so drauf, aber der ist ja auch groß. Sonst kann man da eigentlich nicht so leicht drauf, ne? Oh, ich hab den falschen Knopf gedrückt, ich wollte grad sagen. Äh, wo war das Feld jetzt? Ah, jetzt ist das Feld da oben. Wie lange dauert das jetzt, bis es sich wieder auflädt? Ah, ist schon. Dauert ja dann nicht so lange. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, Junge, Junge, Junge. Da kommt Lava raus. Ich hab wieder nur noch 22. Es geht hier aber auch ab, ne? Ja. Ist hier oben noch was drauf? Ja, tatsächlich. Hä, hier bin ich doch aber eben vorbeigeflogen. Bin ich eben vorbeigeflogen? Guck mal, das dreht sich. Warum auch mal, es dreht sich aber. Ist halt scheißegal, dass sich das dreht, aber naja, ne? Dann auch die beiden auf jeden Fall. Wir finden ja nur 6. Klick jetzt nochmal zurück, ja. Und erstmal gehen wir zum Händler. Machen das und dann... So Leute, noch 6. Und dann ist das langweilige Gesuche und so. Hier erstmal vorbei. Uiuiui. Ich will nochmal das haben. Ah, ich war doch jetzt eigentlich überall. War doch schon da überall. Ja, wo muss ich hin? Da unten war ich ja auch, ne? War ich hier schon? Ich mein 6, ne? 6 ist jetzt nicht so mega wenig. Kann ich hier noch irgendwo hin? Wow, ernsthaft? Ist das nicht... Ist das nicht Rida? Shit und so? Nee, aber... Doch, Rida-Karte. Welche? Oh mein... Ich wollte gar nicht sagen. Ich hab die voll. Nein, ich hab nur... Ah, Mann. 15 Duplikate, ey. Schon 5... Ne, wie viel habe ich? 35, ne? 38 Prozent. Der ist schon weg. Da ist noch einer. Warum auch immer, der da einfach so ist. Wenn er hier... Wie zoomt man? Wow. Wow, man kann so zoomen. Wie cool ist das denn? Jetzt bin ich hier schon wieder am Anfang. Das kann doch hier aber auch nicht umsonst sein. Oder nicht? Hier hinten muss da auch noch was sein. Hier konnte man mal mit einer Plattform lang. Aber... Hier existiert ja anscheinend nichts mehr so wirklich. Die Welt haben sie irgendwie so am meisten verändert. Da hinten. Guck mal, was da noch ist für shit. Da geht es ja nochmal richtig ab. Oh, please. Nein, nehmen wir die. Spitzenschütze. Oh, Junge. Oh, Junge. So, nehmen wir mal die hier nochmal. Ich habe also das Gefühl, hier sind nicht mehr vier. Oder ist hier noch so ein riesen Viech? Da unten, ne? Da unten drin bestimmt. Ne, da ist ein Goldbolt, Alter. Da ist ein Goldbolt, Mann. Oh mein Gott, wo kommen die her? Oh mein Gott, wo kommen die her? Da ist... Was ist der denn für... Der war leicht. Nummer 10 schon, ey. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Ratchet & Clank Parts. Ich hoffe euch hat der gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.